so freunde willkommen zurück zu diesem video dieses mal geht es so ein bisschen um eigene sache würde ich mal sagen ich würde euch gerne hier unsere seite vorstellen ich sage bewusst unsere weil es nicht meine facebook seite sein wird sondern wirklich von mehreren youtuber ich habe am anfang als ich hier begonnen habe ein bisschen youtube sachen aufzunehmen etc habe ich versucht über facebook ein bisschen schlau zu lesen und habe mir ein paar gruppen gesucht dachte erst okay hier gibt es einige coole community riesengroß aber am ende waren das einfach dann gruppen die im prinzip tot sind weil ja keiner sich wirklich um den content geschert hat jeder konnte posten und keiner hat wirklich sich die sachen genauer angeschaut oder wirklich interesse an den sachen gezeigt also es gab keine wirkliche community in der ich immer drin sein durfte oder konnte oder sie nicht gefunden habe in der man eben ein paar gute youtuber zum beispiel hat und die ihren content dort scheren das habe ich so ein bisschen vermisst entweder habe ich nicht gefunden oder weiß ich nicht existiert halt nicht deswegen haben wir jetzt diese seite ins leben gerufen ja dass die deutsche youtube szene es ist bewusst eine seite und keine gruppe eben um das zu verhindern dass er wirklich dann am ende einfach jeder join kann und sein content hier raus ballern kann hier ist das also ein bisschen anders hier kann im prinzip nicht jeder einfach rein join und sein content preis geben sondern wir schauen uns vor an welcher youtuber hier rein möchte ja wir fragen natürlich auch youtube ob sie bock auf das projekt haben einfach um sicher zu gehen dass wir aktive youtuber drin haben die ihren content hier bereitstellen möchten und diesen dann über diese seite sharen wollen einfach wie eine anlaufstelle für die let's player begeisterten ja so wie gesagt die ersten paar sind hier schon mit drinnen ich kann mal bis runter scrollen hier sieht man also die einführung hier sieht man auch noch mal die ganzen links zu den einzelnen kanälen und die unten fängt das dann halt an ja also im prinzip hast du hier die youtuber mit drin und die posten ihnen content hier auf der seite und von dieser seite aus wird dann in die gruppen geteilt ja dass wenn ihr zum einen die seite hier liegt immer guten content sagen am anführungsstrichen bekommt ja also schon selektierten der vom grundaufbau von idee her immer gleich sein sollte ja also gute thumbnails intro was auch immer und wir versuchen mit ein bisschen mit darauf zu achten dass nicht jeder das gleiche spielt klar kommt immer wieder vor hier bleibt zum beispiel ich spiele das und der beutel spielt das auch aber ich schaue dass welche dabei sind die wissen in die anime szene gehen die ein bisschen in die retro szene gehen ja ich habe zum beispiel auch so ein paar retrospiele hier ein paar ältere need for speed most wanted etc also ihr könnt im prinzip sicher sein wenn ihr diese seite hier liegt was ihr auf jeden fall tun solltet bekommt ihr nicht nur den content von in dem fall von mir ja den ihr auch über youtube bekommt aber ihr bekommt natürlich auch die möglichkeit bei allen anderen hier reinzuschauen die mindestens gleichwertige sachen machen wenn ich sogar besser als ich okay also ich kann es dir jedem ans herzen legen wenn ihr hier euer gefällt mir da lasst macht das auf jeden fall sinn und es wird auf jeden fall uns allen helfen wenn man eine schöne community aufzubauen das ist nämlich in erster Linie also das was ich wollte und in der man halt dann so ein bisschen sich auch austauschen kann gut schauen wir uns mal kurz hier bei mir an wenn ihr bei mir auf der seite seid seht ihr jedes mal unten jetzt den link zu dieser deutschen youtube szene okay da könnt ihr dann draufklicken wenn euch das gefällt einfach draufklicken gleich da lassen das gleiche habt ihr auch wenn ihr euch ein bisschen informiert bei mir kanal info ct unten die deutsche youtube szene klickt ihr drauf kommt ihr genauso hin okay also mich würde es freuen gerade die die jetzt schon bei mir auf dem kanal sind wenn ihr mal vorbeischaut und ein like da lasst ja da wird jeden tag neuer content hochgeladen also mich würde es freuen schaut vorbei danke fürs zuschauen von diesem video ich hoffe es schaut bis zum ende weil es ist eine sehr wichtige sache für uns und ich würde sagen wir sehen uns bald wieder und haut rein